Uuuuuh Müssen wir halt mal schauen, ob es so was gibt, ein extra Modpack. Komm. Gibt es bestimmt. Achso, achso, kannst du ja nicht mit deinem Tier über so weinen. Warte, ich kann hier rüber. Warte, 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 warte. Achso, jetzt soll ich extra mein Holz verbauen. Was? Rote? Nee. Wir schlafen jetzt ne Runde. Nee, dann verschwindet doch, äh, Dieter. Musst halten. Komm, übers Wasser. Geht doch gar nicht. Ich kann nicht übers Wasser mit Dieter. ich habe den betreten und die was hast du getan egal ob die damit mehr denkt kann ich nicht irgendwie anleihen bitte sie haben kein schleim siehst was du schleim dann können wir uns alleine basteln da kommen schnell schlafen schnell ich habe eine bohle ich schnell schlafen schnell schlafen da ist er doch schnell auf deinen titel sandstein das ist ja lustig der einzige nachteil vom pferden ist der könig über wasser ja du bist halt so schnell mit ihnen unterwegs schade dass da kein dita das ist schon voll gemein liebe zuschauer oder ich sitze da auf dem pferd und ich muss laufen ich bin die dame er ist der herr aber naja kann man nichts machen oder was gesagt was du kannst auch mal drunter reiten ich bin ja so gemein wie du gesagt hier bitte ne ich will nicht reite jetzt nein weil ich nein nein dann lass dich schon alle frei rumrennen nein jetzt nimm halt das pf reine muss mein ding meine lene rückenlehne meinen ordentlich mal ah ja jetzt ah ja jetzt klang auch ein bisschen Soll ich dir ne Brücke bauen? Komm, ich bin's ja nett. Kose drüber. Weißt du, ich baue dir schon jetzt extra ne Brücke. Ich hab die Brücke verfehlt. Dieter! Oh nein. Ich hab die Brücke verfehlt. Oh, Dieter. Oh. Oh, Dieter ist zu breit für die Brücke. Also wir haben jetzt schon echt, wir haben einen Baum gefunden. Wir haben einen Garten gefunden. Wir haben mehrere Dörfer gefunden. Eine Schubkarre. Wir haben was, einen Anhänger, Zirkus-Anhänger gefunden. Ich sollte nicht einfach erzählen und der Gegend rumgucken. Wir haben den Baum, hab ich schon gesagt. Oh, ja, 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 ja. Ähm. Oh, wie ich diese Viecher hasse. Grillen. Ähm. Wir haben eine... Sollte das so eine Schmiede sein? Oh, Dieter, bleib mal hier. Aber was machst denn du? Ich glaube, ich lasse das Pferd hier. Das nervt mich. Ja, dann. Nimm aber den Sattel mit. Nee, dann reite du ihn. Nee. Wir nehmen den Sattel mit und holen uns bei uns Pferde. So, renn da einfach mit dem Pferd rum. Nee. Ich mag nicht. Ich habe den Sattel. Ich habe einen Frosenbubbe. Wenn ich immer noch mit dem Frosenbubbe machen, bleib mal stehen. Bis jetzt, okay. Er wollte mich nur hauen. Frosenbubbe. Natürlich. Ich muss halt dann im Menü gucken. Also, weißt schon. Gucken, was du mit dem Frosenbubbe machen kannst. Ich brauche wieder Fleisch von euch. Was brauchen wir denn eigentlich jetzt noch für Gemüse? Weißt du das so? Haben wir denn schon G'schwiebeln? Haben wir Onion? Ich weiß nicht mehr. Wir müssen gucken, wenn wir zu Hause sind. Ich glaube schon, dass wir die haben. Ja, vor allem. Ich will nicht übers Meer schwimmen. Wir wissen wie beschissen das ist. Da kommen wir links. Da kommen wir links. Zurück. Oh, da ist aber auch mehr. Ja. Geh mal rechts. Rechts. Vor links. Was ist das Bubbe? Frotzenbubbels. Frotzenbubbels. Kann man Enten jetzt zähmen oder nicht? Nee, ich bin. Hast du nochmal Glück? Ich wollte ihm gerade Namen geben und du tötest es. Wolltest du Frans einen Namen geben? Frans ist auch ein schöner Name. Oder? Für meinen Chicken, ja. Die nach Chips schmecken, ja. Was? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Was? Die Papageienchips. Die Papageienchips. Echter Seidelpast. Hier, da kannst du was aufheben. Und nicht wo? Ich bin... Ich bin... Außenbubbel. Was denn hier passiert? Ja, ähm... Was soll ich sagen? Ich würde am liebsten alle Blümchen hier mitnehmen. Einmal mindestens. Und wir in den Blumengarten machen. Müssen wir uns mal irgendwo in den Winter so leer machen, nur Schwert dabei haben und dann halt wieder unterwegs. Wir Blumen sammeln. Ja, und dann finden wir wieder so viel. Ja? Das ist immer ganz schlimm. Ja. Dumm, dumm, dumm. Ich bin schon an hunderte Sachen vorbeigelaufen. Was? Ich bin bestimmt schon an hunderte Sachen vorbeigelatscht. Ach ja, was ich noch so anbringen wollte, weil nebenbei Minecraft werden wir demnächst auch dazu nutzen, ein bisschen über unseren Kanal zu sprechen, was wir noch vorhaben, was für Spiele so kommen, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Deshalb muss ich mich immer unterbrechen mit solchen Aktionen. Weil wir finden, Minecraft ist eigentlich so eine gute, passende, wenn man rumläuft, ein bisschen unterhalten, was man so vorhat. Großen Bubbel. Ja, werd du mit deinem Bubbel glücklich. Was ist hier? Ja. Was ist das? Kaputt. Oh, das sieht cool aus. Ein letzter Test werden wir noch rausbringen, die Tage. Ja, ein letzter Test wird von Sepp kommen. Ich werd mal ein bisschen in Punch Club reingucken. Ich glaub, wir haben Single Play macht, so. Vielleicht nächstes Mal. Nächstes, wenn Panjodaf endlich mal vorbei ist. Ja. Werd ich aufpacken, der Stick of Truth. Das Stick of Truth. Okay. Ne, ich werd jetzt ein bisschen Punch Club üben. Also, was heißt üben? Ja, üben auch. Aber mal reingucken. Resident Evil 5 läuft auch aus demnächst. Ich hatte auch was fordermäßiges geplant für euch. Ja. Wir werden dann als nächstes, haben wir uns vorgenommen, Lara Croft and the Guardian. Und die Misha hatte ich auch was Horror, ein Horrorspiel ausgedacht noch. Was? Dass die machen will. Was denn? Mit O fängt's an. Overpass? Genau, Overpass. Mit O fängt's an. Ja. Und dieses Jahr kommt der zweite Teil raus. Echt? Ja. Ohrenschmalz von Sepp oder was? Genau. Ohrenschmalz von Sepp Teil 1. Wenn du schlafen gehst, geb ich dir immer Ohrenschmalz. Ja. 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 Ja, ja, ja. Mit von mir ein kleines Horror-Lettsblick. Dann hab ich auch noch so ein paar andere Singleplayer-Spiele gesehen, die vielleicht interessant sind. Die mir so meine Richtung gefallen. Mit so Adventure, Abenteuer. Wie nennt man sowas? Barbie und die Traumwelt? Hast du dir vorgenommen? Nee, das ist ja deins. Nee, 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 nee. Barbie und Ponyhof oder wie die ganzen Dinger heißen. Nee, 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 nee. Doch, doch. Wir werden auch demnächst regelmäßig streamen. My Pony. An bestimmten Zeiten. Es wird immer Montag. My Pony geben. Mittwochs. Und Samstag sein. Sonntag vielleicht auch ab und zu mal. My Pony. Kannst du auch mal was dazu sagen? Ich hab doch gesagt, Montag, Mittwoch und Freitag kommt My Pony. Nee. Doch, von mir aus also. Ach, du spielst das oder was? Ja. Echt? Du spielst My Pony? Genau. Gibt es das bei Steam überhaupt? Ja. Ich hab doch auch so ein Pferdespiel irgendwo aufs. Ach, du hast eins. Okay, wissen wir, Leute, schreibt es in den Kommentaren. Ich soll deine Pferde draus machen. Ich hab doch mal aus Spaß, weißt du es nicht mehr, ich glaub das war vorletztes Jahr, ähm, vorletztes Jahr Weihnachts-Sale. Hab ich mir doch mal aus Spaß, ich lieg außerdem im Bett, hab ich mir doch aus Spaß mal dieses Dings da gekauft, dieses Pferdespiel-Dings. Ich lieg gar nicht im Bett. Ich lieg im Bett. Gar nicht. Könntest du dich jetzt bitte hinlegen, Sepp? Ich finde das Bett nett, lass mich in Ruhe. Hallo? Wer hat mich da mit Schneebellen zugeworfen? Nöt. Ja, sowas wird kommen. In unseren Livestreams, ähm, werden wir die Zuschauer immer mit einbinden, so gut wie es geht, wenn wir mal zum Beispiel Rocket League spielen. Oder? Müssen wir zahlen. Ja, wenn wir mal wieder Lust auf CS haben. Momentan ist CS etwas merkwürdig. Oder H1Z1. Ja, H1Z1. Wiedersehen. Jo, das wird halt demnächst kommen alles. Oder ist ein Pinguin, ach wie süß. Was können die Pinguin nochmal Fisch geben? Ja. Man kann sich selber angeln, den Fisch. Man kann sich in deinem Leben. Naja. Machst du das schon mal in irgendeiner Aufnahme mit einem Pinguin getötet, da kam ich noch schwer. Was? Wo ich voll mit dir geschimpft habe. Ne, ne, ne. Wo hast du ihn getötet? Nein, hab ich gar nicht. Doch, hast du. Wir können gerne... Liebe Zuschauer, guckt, äh, schaut, äh, schaut, äh, wenn ihr nochmal die Folge weiß, äh, und die Minutenanzahl sagt es. Schreibt es ruhig in die Kommentare, Folge, die zur Minute dessen. Ne, ne. Was? War gar nicht so. Ich weiß nicht, wo du das Ding jetzt aus den Fingern ziehst. Das ist jetzt hier lang. Was? Mhm. Sie mir die Sachen in die Schuhe schieben. Was noch geil wäre zu finden in der Schneebiom, wäre es so ein, so ein Iglo oder sowas. Wäre auch voll cool. Garisch. Irgendwo. Ja, sowas werden wir demnächst machen. Vielleicht werden wir auch mal mit den ein oder anderen kleinen YouTuber ein Video aufnehmen. Wären wir mal gucken. Ob es da, wie sagt man, ähm, Chemie-mäßig passt. Ach so. Es muss halt auch passen. Du fühlst dich direkt mit ihm paaren, oder was? Nein, du weißt, was ich meine. Es muss halt die Chemie-Stimme zwischen... ...Leuten. Sonst braucht man da nicht aufnehmen. Ach, du wieder echt. Ich muss einfach mal aufnehmen. Ja. Werden wir ja alles den nix machen? Au. Warum du mich hauen? Ich schau dich mit großen Buben. was sagt ihr denn nichts liebe zuschauer dass ich nur noch einen halben schenkel ich hatte nur einen halben schenkel und ihr sagt nichts weil ich habe auch noch zu futtern ich habe noch hot chocolate ich habe noch 20 essen 20 gefüllte dings ein igeldinger also das ist ein notfall ja schon wieder diese lila bäume ja und hier fallout 3 hast du auch geplant ich sagte weiß ich noch nicht fallout 3 fallout 4 fallout new vegas mal gucken der sepp wollte übrigens outlast 1 und 2 das warst du meinen die kommentare schreiben ob ihr das auch sehen wollt das hast du gesagt was ich hab ich hab vor dem spiel war das kann du bist auch 1 oder 2 mal was du hast versprochen dass du das machst ich weiß davon nichts aber egal nein ich werde das schon irgendwann spielen äh spielen unterziehen in den kommentaren auf das ist mehr mut ich bin noch ein größerer schuss als du so schlimm ist es nicht wie outlast oder wie äh 303 ja mhm sag mal kommen wir auch wieder aus dem schneegebiet raus wenn wir da auf der anderen seite war dieses komische wald da mit lila zeug das sind wir dann auch seine schubkarre getroffen wir gehen eigentlich immer links müssen auch mal hier lang gehen hier seht ihr auch mal im meeresgrund leider ein bisschen dunkel da ist ein pferd da ist dieter 2 deshalb hat er seinen dieter weggeschnitten gar nicht was unser stück gelassen du wollte sie nicht schreiten ne ich sag jetzt über nichts weil ich habe mir auch jüngere zuschauer boah was wieder verstanden hast jajajaja üppich frau ich habe hier immer noch meine flippers an deine was ne ich hab doch flossen das sind auch schöne weiße pferde die weiße pferde sind hässlich warum braun ist die werden zu schnell dreckig ist auch ein braun ist nicht will es kein pferd mitnehmen ich nehme als wenn wir zu hause sind da ist leder und liegt hier leder auf dem boden wer war hier wer war hier vor uns bestimmt diese aliens ne ballkühe was ich hab selbst schon wieder aus den augen genommen es ist immer schlimm mit ihm echt über ganze zeit nehmen bald ich hab das gebrauch was weil die ballkühe bitte diese die haben ballkopf im ball und oder meinst du eine wald kühe da gibt es auch ja den letzten sattel aus dem fliegt zu schicken woher ich weiß nicht ne mach ich eben nicht hallo lasst uns mal da hoch kraxeln zu dem kleinen pferd Wenn wir hochkommen. Nix. Wo ist jetzt das Pferd hin? Hier unten denkst du, das weißt du mit Rauch? Ne, ich bin ganz oben. Weil ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Pausenbubbel? Leider in einer hässlichen Gegend, Zumpfgebiet. Wir gucken hier hin, hier ist schön bunte Bäume und so. Und wir sagen wie immer Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Kommentar, ein Däumchen nach oben. Da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft live is in the woods. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.